Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest unsere einzige Hoffnung anzunehmen bei Ingenieur Schilf in Zuldrak an dieser Position. Vorquest war Gimars Rettung. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter der fliegen kann und viel zu hoch ist für dieses Questgebiet. Ich bin aber davon überzeugt, mein Video hilft euch auch in Viotel Kacklässig. Ihr müsst die Mobs bekämpfen, falls sie ändern. Den lasse ich mal in Ruhe. Und jetzt müssen wir diesen Käfig öffnen. Ich habe hier ein Zahnrad. Wenn ich auf den Käfig gehe, solltet ihr den nicht haben, das Zahnrad in Viotel Kacklässig. Benutzt das Item und schaut, was dann passiert. Eventuell könnt ihr es dann auf dem Käfig verwenden. Also, Dynamit, Rechtsklick, Käfig, Linksklick. Müsste auch funktionieren. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Gimars in Zuldrak an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.